So, auf geht's. Einen Part machen wir hier noch, um uns jetzt zu gutachten hier. Ich muss dranbleiben. Ah, da ist der. Oh! Fecumbre! Cuidado! Es vacío cuadro! Ah, da ist der, was da? Oh, mio! Epa, du guado cuadro, gota! Oh, ich darf doch, oder? Ja, war eh verfault. Hä, wo ist der hin? Wo er wohin will? Was macht er jetzt? Was macht er? Das war's für heute. Das liegt doch hier lang. Ich dachte eigentlich rechts, dann geht's. Ah, hier. Ich muss auf jeden Fall Teil 1 spielen und Teil 2, dass ich hier mal durchsehe. Ich will ja auch die Story von dem Nathan Drake mal mitbekommen. Aber Teil 1 ist irgendwie damals komplett an mir vorbei, Jan. Hier ist es. Ja, warum halte ich das? Adios, amigo. Okay, ich brauch die Geldbörse. Mist! Hier kann ich auf keinen Fall lang. Hier kann ich auf keinen Fall lang. Da geht durch das Gebäude. Ja, vom Dach aus sehe ich ihn bestimmt. So, ja, war ja hier. Ah, wer ist das? Boah, ist da eigentlich ein Teil von? Das hatte ich beim ersten Teil nicht. Also beim ersten Mal, wo ich es gespielt habe. Schon der erste Teil. Das war ja hier. Warte, muss ich da jetzt runter oder muss ich... Ich glaube, ich war da irgendwie, dass ich hoch muss. Ach, da war es. Okay. Muss dranbleiben. Verdammt, da sollte ich nicht lang. Ich muss irgendwie an diese Geldbörse kommen. Klausel doch. Okay. Was ist denn jetzt hin, der Vogel? Ach, da steht er. Es scheint, als hätten wir noch etwas Zeit. Ich habe schon so eine Idee, was wir damit anfangen können. Mist. Das wollte ich mit mir hören. Immer hübsch langsam, Jungchen. Lass mich los. Habe ich mir doch gedacht. Und versuch bloß nicht abzuhauen. Bist weit weg von zu Hause, Jungchen. Nenn mich nicht so. Mami und Papi machen sich doch bestimmt Sorgen. Tja, ja. Wohl kaum. Naja gut, wechseln wir das Thema. Also das Klauen hast du echt drauf. Du bist wirklich gut. Keine Ahnung, wovon du redest, Opa. Hey, nenn du mich nicht so. Deine Technik ist aber schlampig. Alles viel zu vorhersehbar. Du hast ja einen Knall. Ach ja? Du bist mir durch die ganze Stadt gefolgt. Hast mich wohl für ein leichtes Opfer gehalten. Aber da hast du dich gewaltig geirrt, mein Freund. Ah, ah. Was? Ich vermiss noch was. Gut. Vielleicht rufen wir einfach die Polizei. Mach doch. Aber die wollen bestimmt wissen, warum ein älterer Tourist einem jungen Kerl nachstellt. Du hältst dich wohl für ein Gans ausgebufft, ne? Ich kann ganz gut auf mich aufpassen. Na egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Cops nicht mehr magst als ich. Schon möglich. Kleiner. Her damit. Einen Versuch, war's wert. Den war's wert. Von wegen viel zu vorhersehbar, hm? So, das Museum ist zu. Ach, was war's ohneультat不起. Gemlibe. amos. Man. Im polon. – Zieh. know. Er, in Ordnung. Keine Aboeinsitz ak fare. Hoher zurück auf die"? Da ist das. Das war knapp. Okay. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Der kleine Taschendieb. Na los Junge, komm. Du hast keine Chance. Gib sie uns einfach. Und jetzt? Den Ring. Welcher Ring? Für wen hältst du dich eigentlich, Junge? Du bist doch bloß ein schmutziger, verwahrloster kleiner Bengel. Du hast kein Recht, diese Dinge anzufassen. Was zur Hölle machen sie da? Er ist doch nur ein Kind. Schnappt ihn! Haltet den Jungen! Scheiße! Hab dich, du Scheißkerl! Haltet den Jungen! Scheiße! Er hat den Ring! Brich die Tür auf! Oh Gott! Na komm, Luft doch! Er will auf das Dach! Schnapp ihn! Bleiben! Ganz ruhig! Die Kette! Lass los! Ach Mist! Wer sind diese Typen? Komm her, du kleiner Bastard! Komm her, du kleiner Bastard! Mir knallt doch gerade die Sonne direkt auf den Fernseher, deswegen ist er gerade so ein bisschen... Hey du kleiner Bastard, halt! Der läuft doch gerade nicht so wirklich wie er will! Komm her, du kleiner Bastard! Komm her, du kleiner Bastard! Mann, jetzt luft er da rüber! Woah... Woah! 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 Er ist hier hoch! Rappig! Hau auf, Tyler! Ich meine nicht, Tyler! Jetzt habe ich mich komplett verfranst. Oh! Oh! Wir haben ihn! Entschuldigung, Platz! Ganz wird mir leicht! Ich so läuft der so langsam! Wir haben ihn! Hab dich! Wir haben ihn! Entschuldigung, Platz! Tut mir leid! Hey du! Ach! Wir haben ihn! Diesmal nicht, Tyler! Wir haben ihn! Entschuldigung, Platz da! Hey, wer ist hier? Tut mir leid! Ach, du Scheißperl! Na los! Na los! Das war's! Geradezu Musik! Ist doch nicht die Möglichkeit! Verstehe ich nicht! Jetzt macht er wieder das, was er soll! Jetzt macht er wieder das, was er soll! Hm. Hör auf damit! Das war's, kleiner! Komm, du kleiner Bastard! Ich krieg' hier ein Hals! Ich krieg' hier noch ein Hals! Hab dich! Äh, ist doch nicht! Ich habe doch! Jetzt rennt er wieder! Ah, scheiße! Hey du! Kleiner Bastard! Halt! Es ist doch nicht die Möglichkeit! Hey du! Kleiner Bastard! Halt! Das ist Buggy! Das ist Buggy! Das ist Buggy! Es ist doch nicht die verfickte Möglichkeit! Hör auf damit! Wieso hängt der sich hier immer auf? Was? Hey du! Kleiner Bastard! Halt! Ich krieg' nen Hals! Ich krieg' nen Hals! Seht ihr wie langsam der läuft? Kann doch nicht sein! Gehen! Ich muss mir langsam fertig machen, ey! Es ist vorbei! Schön langsam! Ja! Verfluchte Scheine! Hör auf damit! Ja! 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 Das war's Kleiner! Das war's Kleiner... Ja! 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 Diesmal nicht Kleiner! Ja! 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 So, dann würde ich hier aber jetzt erstmal einen Cut machen, Leute. Weil ich muss jetzt erstmal meine Tochter holen. Ich mache hier aber auf jeden Fall noch weiter. Ich will die noch schaffen. Ich habe es im richtigen für den PS3 ja auch geschafft. Also von daher für den Part jetzt erstmal Ende. Bis gleich.